Morgen, Albina. Hi, Gregor. Möchtest du auch einen Kaffee? Ja, gern. Wie geht's dir? Alles gut. Und dir? Auch gut. Haben wir nicht noch einen Termin heute? Doch, um elf. Bis später. Ja, bis dann. B Entschuldigung. Ja, bitte. Können Sie mir helfen? Ich brauche ein Tagesticket. Hier. Das Ticket für 5,50 Euro ist das Tagesticket. Danke. Das ist nett. Bitteschön. C Hallo, Frau König. Tag, Herr Paulsroth. Sind Sie heute zu Hause? Ich habe eine Bitte. Hm, was ist los? Können Sie ein Paket für mich annehmen? Klar, kein Problem. Danke. Das ist super. Dann einen schönen Tag. Eins Wie viele Tage haben Sie im Jahr frei? Zwei Zwei Mit wem gehen Sie ins Restaurant? Drei Wann müssen Sie morgens in der Arbeit sein? Vier Haben Sie morgen keine Besprechung? Fünf Feiert man bei Ihnen in der Firma Geburtstag? Sechs Kommen Sie mit einen Kaffee trinken? Eins Wie viele Tage haben Sie im Jahr frei? Zwei Mit wem gehen Sie ins Restaurant? Drei Wann müssen Sie morgens in der Arbeit sein? Vier Haben Sie morgen keine Besprechung? Fünf Feiert man bei Ihnen in der Firma Geburtstag? Kommen Sie mit einen Kaffee trinken? Eins Schorle Zwei Essen Drei Kommen Sie mit einem Kaffee trinken? Kommen Sie mit einem Kaffee trinken? Vier Tisch Tisch Fünf Besuchen Besuchen Sechs Falsch Sieben Zusammen Acht Müssen Neun Kurs Kurs Zehn Schreiben Schreiben Elf Super Zwölf Schlafen Ein Donnerstag Donnerstag Aufstehen Aufstehen Zwei Musst Steht Zwei Stift Stift Vier Schwester Stunde Kunde Fünf Stadt Gast Gast Sechs Juristin Bestellung Bestellung Am Samstag macht meine Schwester Stephanie ein großes Fest. Stefanies Söhne essen Schokolade und trinken Apfelsaftschorle. Thomas ist für eine Stunde mit Christina da. Sie ist sehr lustig. Ich komme aus Frankreich und lerne seit einem Jahr Deutsch. Von Paris nach Köln ist es nicht weit, also fahre ich manchmal nach Köln. Dort kann ich viel Deutsch sprechen, das ist super. Ich mag auch Musik total gerne und höre viel deutsche Musik. Ich war sogar schon auf zwei Konzerten in Deutschland. Natürlich verstehe ich nicht alles, aber meine deutschen Freunde können mir dann helfen. Wir schreiben uns oft. Auf Deutsch und auf Französisch. Sie lernen nämlich Französisch. Zwei Ich lebe in den USA und lerne Deutsch in einem Sprachkurs. Das macht mir Spaß. Ich lerne neue Leute kennen und unsere Lehrerin kann gut erklären und ist lustig. Am Computer lernen ist nichts für mich. Aber ich sehe oft Filme oder Videos auf Deutsch. Manchmal kenne ich die Filme schon auf Englisch, dann ist es nicht so schwer. Ich komme aus Prag und bei uns gibt es immer viele Touristen. Natürlich auch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich spreche dann mit Ihnen und gebe Ihnen Tipps für Prag. Manchmal trinken wir auch noch einen Kaffee zusammen und erzählen uns etwas. Das ist ein super Training für mein Deutsch. Für einen Sprachkurs habe ich leider keine Zeit, aber ich mache gern Übungen im Internet. Da gibt es echt viel. Ichеж Вс poisoning. Gru� Z Division Zそensen Leben 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 Leben